Warum muss da immer nachgefragt werden? Ja, wie warum? Weil du dich merkwürdig benimmst. Ich mein, je nach... Merkwürdig? Was ist denn das für ein Scheiß? Was ist denn dein Problem? Du laberst die ganze Zeit nur von dir. Hörst gar nicht zu, was andere sagen oder wie es ihnen geht. Weißt du was? Du hast ein Problem. Du bist auf einmal ganz anders drauf. Du hast es immer noch nicht verstanden. Nein, du hast es nicht verstanden. Du tust mir leid. Hattest du deinen Mann für eine Jüngere verlassen oder was? Du warst eine Wette. Du kleine Wüchser. Das ist ein guter Tag, um Filmgeschichte zu schreiben. Das ist ein guter Tag. Ichλenne Sie, das ist ein guter Tag. Und junge Mädchen mit knappen Badeanzügen und knackigerem Körper als man selber. Also als ich ein junges Mädchen war, da habe ich mich immer im Sand eingegraben. Kopf zuerst.